Nach einem brutalen Überfall nimmt Dr. Fred Abel seine Arbeit beim BKA wieder auf. Doch seine Kinder werden Opfer einer Entführung. Und so beginnt eine Jagd, der er allein nicht gewachsen ist. Ein guter Freund schaltet sich ein und geht über Grenzen. Wer hat mit Abel noch eine Rechnung offen? Zerbrochen. Der neue True-Crime-Thriller von Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos.